Hallihallo! Na? Schwitzt du noch oder urlaubst du schon? Oder beides? Im besten Fall ist es wohl beides. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Die dritte Staffel war mit der letzten Folge abgeschlossen. Die neue Staffel, Staffel Nummer vier, startet im August und zwar am 15. Bis dahin gibt es natürlich wieder die kleinen Sommerpausenfolgen und wie jedes Mal am Ende einer Staffel natürlich auch eine Kühlschrankliste. An die erinnere ich dich aber in der nächsten Sommerpausenfolge nochmal. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Sommer voller guter Erlebnisse und leckerer Grillabende und erfrischender Badetage und sage danke fürs zuhören. Danke fürs Treubleiben und bis übernächste Woche zur ersten kleinen Sommerpausenfolge. Deine Susi